Neben der Küche ist auch das Badezimmer ein Ort, der in vielfältiger Weise gestaltet werden kann. Wir haben uns heuer wieder ein bisschen umgedreht, dadurch, dass wir die letzten Jahre ein bisschen mehr auf die Heizung gegangen sind. Und wir haben heuer im Laufe des Sommers und Herbstes in unseren Scheuraum neu gestaltet. Wir haben jetzt schon einen wunderbaren Altholz-Waststisch verbaut, der dann auch nachher zu uns in den Scheuraum nach Waag reinkommt. Badlösungen ist in den letzten Jahren ein sehr großes Thema geworden. Vor allem auch die ganze Abwicklung in GU-Bauweise, wo wir uns um die ganzen Professionisten kümmern, diese Sachen auspreisen und baulich begleiten. Dieses rundum Sorglos-Paket ist natürlich ein wesentlicher Vorteil für den Endkunden, weil natürlich auch viele Leute sehr prozernieren wollen, die was nicht von der Baubranche kommen und mit denen natürlich nichts zu tun haben. Und die wollen einen professionellen Ansprechpartner, der sich einfach um alles kümmert und sie haben mit denen nichts zu tun. Und der Bauzeitplan wird eingehalten.